Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein Video von mir. Es ist Sonntag, draußen ist es nicht allzu heiß wie zuletzt und die Videolust hat mich gepackt. Dementsprechend heute ja der Auftakt mal wieder zu einem Zweiteiler, denn ich habe mir fest vorgenommen den Umbau auf die hier liegenden Daily Customs Schalen nicht verlaufender Kamera zu machen. Zum einen lässt das mein neues Setup nicht ganz zu mit dem neuen Stativ. Das ist alles ein bisschen sperriger als zuvor. Das heißt, ich müsste mir hier wirklich einen abbrechen, damit das vernünftig funktioniert. Und da ich das Messerchen ja im Nachhinein dann auch in einer möglichst guten Verfassung auch verwenden möchte, habe ich mich halt dazu entschieden, euch jetzt zu präsentieren, um was es geht. In der Zwischenzeit zwischen den beiden Videos den Umbau vorzunehmen und euch dann anschließend in einem zweiten kurzen Video das Ergebnis nochmal zu präsentieren. Da ich nicht schneide und Videos nicht zusammen cutte, werden das halt zwei Videos. Wer also keinen Bock hat auf die Präliminarien, der kann dann direkt zum zweiten Video springen und sich das Ergebnis anschauen. Alle anderen sind herzlich eingeladen hier zu verweilen. Ja, Daily Customs mal wieder. Wenn es um Victorinox, um Custom Schalen für Victorinox Taschenmesser geht, möchte man ja fast sagen, was auch sonst. Die Jungs haben sich mittlerweile so dermaßen etabliert, haben ihr Portfolio erweitert und ich glaube, da ist noch lange kein Ende in Sicht. Die Links zu Shop, zu Website und natürlich auch zu den Internetauftritten. Instagram, Facebook werde ich selbstverständlich unten verlinken. Schaut auf jeden Fall mal rein, es lohnt sich immer. Ja und heute, die Schale, die ich euch heute präsentieren möchte, die zählen für mich bis jetzt mit zu den edelsten, die Daily Customs rausgebracht haben. Es handelt sich um ein paar Titan-Griffschalen in der neuen Verpackung. Die hatte ich bisher nicht. Wirklich, wirklich toll gelöst. Alles Pappe soweit. Innendrin dann das Kreuz natürlich auch als Seitenaufdruck. Richtig cool gemacht. Innenliegend dann die kleine Karte und in etwas Schaum dann gebettet. Die Griffschalen. Wie ihr sehen könnt, handelt es sich dabei, auch hier aufgeführt, um die 58.2, also für die kleinen Victorinox, für die 58 Millimeter Klasse. Punkt 2 Plus Schalen. Plus Schalen, also mit Aussparung für Pinzette und Zahnstocher. Titan und zwar in der Version Golfball. Also mit diesen kleinen gefrästen Dents überall über die Griffschale. Ihr seht auch die Frässpuren beim Kreuz noch. Die Optik ist meiner Meinung nach so dermaßen toll. Also ich bin richtig, richtig verliebt in die Teile. Ihr seht auch unten natürlich die sogenannten Matching Numbers. Produktionsdatum 10.06.2019. Heute haben wir den, ist heute der siebte? Siebte Juli 2019. Das heißt, das sind noch keine vier Wochen. Also Brand heißt das Zeug definitiv. Wer die Schalen das erste Mal aus der Verpackung nimmt, der wird sofort feststellen, wie toll das alles gefertigt sind, die gebrochenen Kanten. Trotz dieser Fräsung mit den Rillen. Ihr kennt das von den Gunner Grips zum Beispiel, von Strider oder von anderen Messern, die so eine oder vergleichbare Struktur im Titan haben. Das kann gerade zu den Rändern mal ein bisschen scharfkantig werden. Hier ist alles so fantastisch gefräst. Die Kanten sind angefasst, gebrochen. Das macht richtig, richtig Spaß, die in die Hand zu nehmen, zu befühlen. Auch die Rückseite. Da, wo es gar nicht sein müsste. Ihr seht vier Aussparungen für die, ich glaube es sind Messing Pins, mit denen die Konstruktion des kleinen Wick zusammengehalten wird. Die Aussparung auf einer Seite für Zahnstocher, auf der anderen Seite die identische Aussparung für Pinzette oder umgekehrt. Das ist da völlig egal, in welcher Reihenfolge oder auf welcher Seite ihr das eine und das andere Tool einsteckt. Ja, richtig, richtig toll. Ich hatte mir für dieses Jahr auf jeden Fall ein paar Plus Schalen gewünscht. Eigentlich waren sie für das Compact oder Compact vorgesehen. Ja, den Wunsch konnte ich mir jetzt in dieser Form mit den 58 Millimeter Griffschalen quasi erfüllen. Und natürlich möchte ich euch auch zeigen, was ich umbauen möchte. Ich werde jetzt auch die Visitenkarte der Jungs mal einfach hier liegen lassen. Benutzen werde ich den Uhu Plus schnell fest, fünf Minuten verarbeitbar, nach 20 Minuten fest, transparent. Mit dem Zeug habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Es ist nicht der schnellste und es ist nicht der härteste zwei Komponenten Kleber, aber ganz gutes, ganz anständiges Zeug und überall verfügbar. Ja, und hier ist das kleine 58 Millimeter WIC. Es handelt sich dabei um das Modell Rambler. Für die Umbauten auf Custom Schalen ist das Rambler sehr beliebt. Es hat zum normalen Classic noch zusätzlich dieses Multifunktionstool mit dem Drahtbieger oder Abisolierer, je nachdem wie man es nennen möchte, dem kleinen Philips Kopf und dem Kapselheber. Dieses Tool ist sehr massiv ausgeführt, was mir sehr gut gefällt. Ich habe sogar das Gefühl, das Tool ist massiver als die komplette Konstruktion des Taschenmessers, aber das sei mal dahingestellt. Das wird auf jeden Fall seinen Zweck erfüllen. Selbstverständlich am Start wie immer die kleine Klinge. Die ist an den Classic und anderen 58 Millimeter Modellen definitiv nicht mein meist verwendetes Tool. Das ist definitiv immer die kleine Schere. Die finde ich bei Victorinox Taschenmessern absolut großartig, selbst bei den kleinen. Und wir haben hier noch das Tool mit der Nagelfeile und diesmal dann nicht mit dem Nagelreinigungstool oben, also spitz zulaufend, sondern hier mit dem Flachkopf Schraubendreher. Das Nageltool, ganz ehrlich, würde ich häufiger benutzen. Das habe ich auch in meinem kleinen Classic Edelweiß. Hier ist jetzt der Flachkopf dran, zusätzlich zu dem kleinen Philips Kopf an dem Multifunktionstool. Ansonsten, wie man es kennt, Zahnstocherpinzette. Ganz wunderbar. Ihr seht hier, ich habe schon versucht, die Schalen abzuhebeln. Das ist mir auf der einen Seite dann auch gelungen. Allerdings sind die dann anschließend bei mir in dem Fall beschädigt, sodass ich die dann wahrscheinlich nicht auf Dauer aufbewahren werde für einen eventuellen Rückbau, sondern diese Schalen vom 58er, die werden bei mir wahrscheinlich durch den Umbau mehr oder weniger zerstört, zumindest optisch so beeinträchtigt, dass ich die nicht weiter verwenden möchte. Der Umbau soll natürlich so vonstatten gehen, dass das Ganze nachher auch anständig hält. Dementsprechend, das ist jetzt der totale Overkill. Diese Klemmen waren angegeben mit 75 Millimeter, dass die Stanley-Teile dann im Endeffekt fast ein halbes Kilo wiegen und die 75 Millimeter auf die Max-Oppala, das ist, was ich meinte, wenn ich hier versuche umzubauen, dann gibt es eine Katastrophe. 75 Millimeter auf die maximale Öffnung bezogen. Ist mir jetzt auch total egal. Ich werde die Dinger selbstverständlich verwenden, um nachher die frisch verklebten Griffschalen zu sichern. Von den Teilen habe ich zwei Stück. Und damit die neuen Schalen nicht versaut werden, werde ich dann noch Teile von einem alten Fahrradreifen, von einem alten Fahrradschlauch, besser gesagt, noch unterlegen. Damit ich dann, wenn ich die Dinger verschraube und Druck ausübe, damit ich die Titanschalen nicht verkratze oder sonst wie beschädige. Das wird mein Vorgehen sein. Diese Streifen, wenn ihr einen alten Fahrradschlauch habt, bewahrt den auf jeden Fall auf. Mit den Teilen kann man immer mal was anfangen. Dementsprechend, Daily Customs, Umbau 58 Millimeter Schalen, Video 1. Ich freue mich extrem auf das Ergebnis. Ich hoffe, ihr werdet auch wieder reinschauen, wenn ich das Teil dann präsentiere. Fürs Erste sage ich ganz, ganz herzlichen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend und sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin. Bye, bye.